Okay, wisst ihr was meine lieben Freunde, kacken wir gar nicht erst lange rum. Ich weiß, ich habe gestern gesagt, heute Abend gibt es ein Livestream von 18 bis vielleicht 21 Uhr. Ja, drei Stunden. Drei Stunden wirklich? Ich meine... Leute, ich überziehe eh wieder. Da geht mir aber scheiß drauf. Wir überziehen erst gar nicht. Wir machen es gleich richtig. Wir machen nämlich das ganze Programm einfach gleich von 18 bis 23 Uhr durch. Dann kann auch nicht überzogen werden. Ganz richtig, heute Abend einfach mal fünf Stunden Livestream. Wir machen es einfach nur, weil wir es können, weil das Wolfpack eine geile Scheiße ist. Und deswegen gibt es ein vollgepacktes Programm für euch und zwar von 18 bis 19 Uhr. Ich habe nämlich zwei Steam Games geschenkt bekommen. Und die möchte ich mir morgen in diesem Livestream mal angucken. Von 18 bis 19 Uhr gibt es daher Dungeon Defenders. Von 19 bis 20 Uhr gucke ich mir MotoGP 13 an. Von 20 bis 20 Uhr 30 gibt es die Gewinner... Nicht die Gewinnspielauflösung, sondern gibt es die Auslosung der... Wie soll ich sagen? Da gibt es eine Auslosung, weil ich ein Spiel verlosen werde, dann alle möglichen Spender, die im März 2014 gespendet haben. Da gibt es die Auslosung, währenddessen werde ich ein bisschen Hearthstone spielen. Und von 22.30 bis 23 Uhr gibt es dann das volle Paket Trackmania für euch. Das heißt, da können auch nochmal alle mitspielen. Also ich weiß nicht, geiler geht es doch gar nicht mehr, oder? In diesem Sinne heute Abend dabei sein bei Twitch.TV. Link ist unten in der Videobeschreibung. Am besten gleich anschließen, dann verpasst ihr es auch nicht. In diesem Sinne, ciao, bis heute Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal.